Wir haben uns viele Gedanken über diesen Film gemacht und wie wir euch am besten zeigen können, warum Naturwissenschaften unser Lieblingsfach ist. Da 5 Minuten eine sehr kurze Zeit ist, haben wir für euch das spannendste und interessanteste rausgesucht. Los geht's! Navi ist unser Lieblingsfach, weil wir über viele verschiedene und interessante Dinge lernen, zum Beispiel... ...den Menschen, Genetik, die Umwelt und Sexualität. Wusstest du, dass man einen Geldschein anziehen kann, ohne dass er verbrennt? Und so geht's! Wusstest du, dass solange ein Baby im Uterus ist, Fötus genannt wird? Wusstest du, dass die Sonne der Mittelpunkt unseres Sonnensystems ist? Wusstest du, dass der Körper über zwei Landknochen hat? Wusstest du, dass man mit den Sporen der Bärlappenpflanze Feuer spucken kann? Wusstest du, dass unsere Darmbakterien sind, die uns helfen, Essen zu verdorben? Wusstest du, dass die Zigaretten mehr als 90 krebserregende Stoffe sind? Boah, das findet eh viel hart. Stopp! Musstest du nicht, dass es dir nicht 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeschmissen werden? Nein, wüsste ich nicht. Ich glaube, ich zeigte da was, ja. Schau, das ist ein Projekt unserer Schule, damit wir viel weniger Lebensmittel wegschmeißen müssen. Das war also viel. Wir hoffen, ihr habt euch gefallen. Wir hoffen, ihr versteht uns, warum nahe unser Lebensfall ist. Wir hoffen, wir konnten an die Kläse denken. Und dass ihr dabei viel gelernt habt. Wir sagen Tschüss. Tschüss! Nein, das geht nicht. Wollt ihr nicht gleich was reden? Ja, ich will nicht gleich was reden. Nochmal. Wusstest du, dass die Zigaretten mehr als 90 Zigaretten... Äh... ... Untertitelung des ZDF, 2020